Das probieren wir, weil wir können nicht beide über den Stern dodgen. Das geht nicht. Es muss eine andere Möglichkeit des Ausweichs geben. Da muss man, da muss man durchdodgen können. Äh, drunter durch. Sich durchducken können. Das geht gar nicht anders. Ich habe mich nur sehr verarscht gefühlt, als wenn sich der Stern wegfährt. Ach, genau. Okay, von links, pass auf. Ne, da von rechts. Ich war nicht rein. Ich bin nicht gleich. Das ist, also, da ist es definitiv unmöglich, den zu machen, die Ulti. What? Okay. Wurde müssen gleichzeitig. Ne, glaube ich nicht. Ich probiere es, ich habe einen Code extra. Okay, funktioniert nicht. Mach mich, mach mich. Okay, funktioniert nicht. Wir müssen wirklich gleichzeitig. Nein! Ah, komm schon. Dann dringst du wenigstens zu Ende. Jetzt ist es nur noch Ausweich mit dem Ballern. Pass auf den Schirm auf. Okay. Okay. Jetzt hätte ich gerne wieder mein Zielsucht-Ding. Wie viel hat dann bitte bei mir gefehlt, ey. Richtig nice. Richtig nice. Aber ohne Scheiß, wie viel hat dann bei mir gefehlt? Ich habe gefühlt länger durchgehalten. Und habe gefühlt besser getroffen. Vielleicht, weil mein Ulti getroffen hat. Vielleicht hat sie doch so viel gezogen. Gut, fernab. Die hatte ich nicht. Aber hey, immerhin geschafft. Relativ guten Zeit auch. Ja. Ey, Wahnsinn. So. Der letzte Boss. Der letzte Boss. Vorm Endboss. Vorm großen Grande Finale. Ist ein Zug. Warte, lass mich noch kurz schon meine Dinge ändern. Und wieder Chaser. Phantom Express in Railroad Wrath. Das hört sich nicht, nicht, gar nicht gut an. Wenn schon Zorn mit im Spiel ist. Oh Gott. Zum Glück habe ich mein Zielsucht-Ding dabei. Ja. Okay, das macht das. Warte. Ja, okay. Ah, shit. Okay, bis jetzt ist es straight forward. Wow, 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 wow. Okay. Aber starten, wir können uns in Position verschieben. Unfreiwillig rausgefunden. Wow, ich bin dauernd. Da lässt die auch drauf fallen, Dig. Das ist ja frech. Ich glaube, es hört in die Mitte. Ich bin mir ganz sicher. Das war einfach ein Gefühl. Rechts. Ja, das ist cool. Das war einfach ein Gefühl. Nein, okay. Shit. Oh Gott. Nein. Nein. Okay, warte, lass mich ganz kurz schnell wechseln. All aboard. Dann nehme ich auf den Multishot, weil der ist da gut. Next stop, your funeral. Das war das Zitat. Will ich denn... Der Zielsucht-Ding ist gut. Ja, der macht halt weniger Damage. Das ist halt so, ja. Hast du es nicht gesehen gerade am Anfang? Ja, schon. Das war gerade so. Ja, aber den... Easy go. Ja, gut. Bis die Kürbisse halt die Dinger auf unsere Dinger geklopft haben. Er muss mir halt die davor abschießen. Das ist ja kinder. Wie langweilig ist, kannst du noch parryen. Ja, da vorne nicht. Ach, shit. Ja. 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 Okay. Ho! Hast du getan? Nicht nix, das war der Kürbis. Oh, oh. Okay. Einfach... Oh! Es würde reichen, wenn wir am Rand unserer Lore stehen bleiben. Das macht auch keinen Damage. Stimmt, ja. Dann können halt wir keinen Damage machen, aber das ist halt nicht. Ja, das ist halb so schlimm. Hier ist ein realer Unfall. Aber ich sage mir, es sterbt nicht instant. Kannst du dir jetzt versuchen, nicht zu parryen, bitte? Einfach safe. Nö. 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 Was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Ah, funktioniert doch. Das ist ja der Problem nicht. Ja, alle vier, bitte. Ulti? Ich hebe es gleich auf für die nächste Phase. Okay. Dann habe ich jetzt meine zweite Loready. Finde ich gut. Okay. Wie kann ich das nur okay? ich glaube wir müssen auf die andere seite vom kopf ja das sind zwei köpfe das ist das problem ich dachte in der mitte ist ganz gut sorry this train is only for the dads but we can help you with that dankeschön dankeschön okay die erste phase ist straight forward wirklich straight geht geht Was ist das? sehr viel Damage gemacht MANN! Shit immer wenn sich unser wagen bewegt bin ich das war verdammt klug das habe ich gesehen danke dafür wenn du solche freunde hast unglaublich hinterricks betrayt einfach nur ich bin vollidios aber gut ich sehe es wenigstens selber ein wenigstens etwas was die kürbisse spielen für uns gerade so nice und hoffen dass der rechte kopf zuerst aktiv ist ich hoffe dass das nur sagen ich glaube wir sollten relativ zeit wieso sind wir in die mitte gegangen das dürfte dann wohl die letzte phase ich bin doch gesprungen ich bin doch gesprungen mann kannst du jetzt bitte am anfang nicht diese dinge machen wenn du jetzt kein leben verlierst ist es okay wenn du ein leben verlierst nur eins ja ist okay dann darfst du das nächsten rund nicht mehr machen ok deal ich habe kein leben verloren ich kann nicht versuchen eine ulti reinzusetzen jetzt aber ich hoffe dass der linke anfängt äh der rechte ja shit geister nein shit mann max shit 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 alles gut wieso bist du nach rechts gegangen weil ich dachte dass der linke noch überlebt und noch mal dran ist aber er hat wohl nicht überlebt so beide ulti was müssen wir auch treffen bei dem teil keine Ahnung da kann mir so ein dummer knochenring alter war der gloria ist nein für mich zu bringen du die freie geht Untertitelung des ZDF, 2020